Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte, es wäre mal wieder an der Zeit, euch ja wie so ein Drogerie-Starter-Kit an die Hand zu geben. Das gleiche werde ich auch noch mit High-End machen. Ich möchte euch einfach aus jeder Kategorie drei Produkte aus der Drogerie zeigen, die ich, wenn ich mir jetzt meine Make-Up-Sammlung neu aufbauen müsste, die ich nehmen würde. Also drei Produkte aus jeder Kategorie, die ich in der Drogerie einkaufen würde, wenn jetzt so meine Make-Up-Sammlung weg wäre. Genau, also so ein Drogerie-Starter-Kit. Ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich würde einfach sagen, ich starte jetzt mal. Und zwar, die erste Kategorie sind Primer. Ja, Primer sind ja immer so ein bisschen umstritten, weil eigentlich, wenn ihr eine gute Hautpflege schon habt, braucht ihr nicht unbedingt einen Primer. Zumindest, wenn ihr jetzt nicht Probleme habt, dass euer Make-Up hält und ihr braucht was, was euer Make-Up so festhält, dann okay. Ich benutze Primer eigentlich nochmal als zusätzlicher Schritt zur Pflege, weil ich eine relativ trockene Haut habe. Und ja, habe deshalb drei feuchtigkeitsspendende Primer rausgesucht. Und zwar einmal von Essence den Prime Plus Studio Hydrating Primer. Finde ich unglaublich gut. Und dann den Skin Loving Sensitive Primer von Essence. Einfach, falls ihr ein bisschen empfindlicher auf Duftstoffe und so seid. Da ist der hier sehr, sehr gut. Und von Catrice noch den Dehydrator. Auch den finde ich super gut. Ja, das wendet so meine drei Favoriten eben aus der Drogerie, was Primer angeht. Ja, wir lassen das jetzt mal hingestellt, ob man Primer braucht oder nicht. Aber okay. Gehen wir dann noch weiter direkt zur Foundation. Und zwar zeige ich euch hier erstmal meine absolute Lieblingsfoundation. Und zwar die L'Oreal Perfect Match. Ich habe hier die Farbe 0,5N. Ja, sie ist schon wieder bis hierhin leer. Und wenn ich die aufgebracht habe, werde ich sie auf jeden Fall nachkaufen. Das ist das perfekte Make-Up für mich. Hält den ganzen Tag. Ich finde auch, dass die sehr feuchtigkeitsspendend ist. Ich weiß, dass viele die nicht mögen, weil so leichte Gold-Schimmer-Partikel drin sind. Ich finde aber nicht, dass man die auf der Haut sieht. Ja, also absoluter All-Time-Favorite. Kommt mit mir immer mit in den Urlaub. Und wenn ich dann aber mal ein bisschen Abwechslung reinbringen will, nehme ich auch die Wet & Wild Foundation mit in den Urlaub. Hier habe ich jetzt die Dewy Version. Ich finde aber nicht, dass da ein Unterschied zwischen der normalen und der Dewy ist. Ich finde die beide super. Ja, ich habe die Farbe Light Warm Soft Ivory. Ja, Soft Ivory steht oben drauf. Das ist die Farbe. Ich finde die sehr, sehr gut. Was mir hier besser gefällt als an der normalen ist, dass sie nicht diesen Wandfarben-Geruch hat, sondern sie riecht ein bisschen besser. Sie hat keinen Pumpkopf, sondern ihr holt es immer mit dem Spatel raus. Finde ich jetzt so, naja, aber ist okay. Ich finde auch, die verhält sich super auf der Haut. Ist wie die L'Oreal Perfect Match von der Deckkraft. So eine, ja, ich würde schon sagen, mittlere Deckkraft. Die zwei meine All-Time-Favorites auf jeden Fall. Also das sind Foundations, die ich immer nachkaufen würde. Und als drittes habe ich von NYX den Bare With Me Tinted Skin Veil. Finde ich auch ein super Produkt. Hier habe ich die Farbe Pale Light. Ja, auch sehr, sehr schön. Ja, das sind so meine drei Favorite Foundations. Weiter geht es dann mit Concealer. Und zwar zeige ich euch da auch direkt von NYX das Bare With Me Concealer Serum. Passend zu dem anderen, also zu der Foundation. Ein sehr, sehr schönes Produkt. Hier gefällt mir nur nicht die Auftrageart. Also ich finde es mit dem Pumpspender irgendwie nicht so geil. Mit einem Doe-Food-Applikator hätte es mir besser gefallen. Aber, ja, ich habe die Farbe fair. Wunder, wunderschön. Ist schon gut. Pigmentiert, muss ich sagen. Aber jetzt auch nicht so extrem wie manch anderer Concealer, weil es halt eher ein Serum ist. Verhält sich super unter dem Auge. So, dann habe ich den Essence Skin Loving Sensitive Concealer. Hier habe ich die Farbe 05 Fair. Auch den finde ich super. Hier ist wieder, ja, das Positive. Ihr habt nur Fragrance, nur Silicons. Also, falls ihr eine sehr empfindliche Haut habt, sind die Sensitive Produkte von Essence echt, ja, eine gute Alternative für euch. Den mag ich gerne. Und mit einer meiner All-Time Favorites, der Maybelline Löscher. Das ist jetzt ein neuer. Ich kann euch nicht aufzählen, wie oft ich den schon aufgebraucht habe. Ja, finde ich wirklich super. Hier habe ich die Farbe... Jo. Ah, hier vorne. Ivory finde ich auch ein super Produkt. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von diesen Schwämmchen. Wenn ich sowas anfange, gucke ich, dass ich es schnell aufbrauche, weil ich es einfach... Ich finde, das Schwämmchen wird irgendwann eklig. Aber den Löscher würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Also, tolles Produkt. So. Gehen wir weiter zu losem Puder. Ich finde ja, loses und gepresstes Puder sind somit die langweiligsten Kategorien. Deshalb gehen wir da jetzt relativ schnell durch. Ich habe euch einmal von Essence das All About Mud. Finde ich okay. Dann von Elf das HD-Puder in Soft Luminance. Ja, doch. Finde ich auch okay. Mein Favorite aus der Drogerie ist aber von Maybelline das Fit Me Puder. Das lose kriegen wir hier in Deutschland leider nicht. Ich weiß. I'm sorry. Und ja, das ist die Farbe 05 Claire. Das ist so mein liebstes, liebstes, vor allem liebstes, loses Puder aus der Drogerie. Ich muss ehrlich sein, dass ich meistens High End Produkte habe, was so lose Puder angeht. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie ist es so. Ja, aber das sind auf jeden Fall gute Alternativen aus der Drogerie. So. Dann drei gepresste Puder. Hier habe ich einmal wieder von Essence das Skin Loving Sensitive Puder. In der Farbe Translucent. Finde ich ein gutes Produkt. Wie gesagt, die Sensitive-Reihe, gut für sehr empfindliche Häutchen geeignet. Dann mein All-Time-Favorite. Ich glaube, man sieht es hier auch ganz gut. Von Maybelline das Fit Me Puder. Ja, das wäre ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufen würde, weil ich das einfach spitze finde. Und ein Produkt, wo mir das Packaging jetzt nicht so toll gefällt, aber das Produkt da drinnen, ist von Rival Loves Me das Marshmallow Puder. Ja, sieht jetzt hier sehr weiß aus, aber so kommt es auf der Haut nicht rüber und ich liebe den Geruch. Ja, finde ich ein sehr, sehr gutes Produkt. Gehen wir dann weiter zu Bronzer. Hier auch wieder mein Favorite, der Butter-Bronzer von Physicians Formula. Ich liebe den Geruch. Ich bin ja jetzt kein extrem großer Bronzer-Fan, aber wenn ich Bronzer benutze, ist es meistens der Butter-Bronzer von Physicians Formula. Also, love it. Dann von LA Girl, Just Blushing in der Farbe Just Because. Ist eigentlich ein Blush, aber ich finde den sehr, sehr gut, um so ein bisschen zu konturieren, weil es einfach ein kühlerstichiges Produkt ist. Ja, gefällt mir. Ich weiß, den kriegen wir nicht bei uns in der Drogerie, aber es ist halt an sich ein Drogerie-Produkt, was ich empfehlen kann. So, und dann aber ein Produkt, was ihr wieder bei uns in der Drogerie findet, von Rival Loves Me, der Tropical-Bronzer in der Farbe Waikiki. Ja, finde ich auch gut. Ist so ein kleiner Dupe zum Hulam-Bronzer vom Packaging, ich weiß, aber finde ich auch ein gutes Produkt. So, eine meiner liebsten Kategorien, Blush. Hier zeige ich euch auch erstmal wieder mein Lieblingsprodukt, der Butter-Blush von Physicians Formula in der Farbe Vintage. Hoppla, Vintage Rouge. Ich muss immer dran schnüffeln, es tut mir echt leid. Ganz, ganz tolles Produkt. Die Butter-Blushes kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wie den Bronzer auch. Ja, wunderschöne Farbe, wunderschöne Farbabgabe und easy-peasy zum Verblenden halt einfach, ne? So, dann mein zweitliebster ist L'Oreal Lights A Peach. Wunderschöne Farbe, ganz, ganz tolle Qualität. Also, ja, den kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Und dann habt ihr jetzt auch zwei verschiedene, weil der hier ist ja eher so ein bisschen noch in der rosa Farbschiene mit drin. Ihr habt was richtig schön peachiges. So, und jetzt haben wir einen, der halt auch wieder peachisch. Aber der steht jetzt so für die Catrice Blushes. Nicht die Farbe unbedingt, das ist Peach Heaven. Finde ich auch wunderschön, aber es geht mir um die Catrice Blushes. Die Air Blushes finde ich super. Die ehemaligen Catrice Blushboxes, die finde ich genauso super. Also, das ist wirklich ein tolles Produkt. Und ich kann euch aber auch genauso gut die Essence Blushes aus dem Sortiment empfehlen. Also, ja, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Meine liebsten Highlighter aus der Drogerie sind zum einen auch von Physicians Formula. Der Butter-Highlighter in der Farbe Pearl. Auch wunderschön erinnert ein bisschen so an die Supershock-Highlighter von Colourpop. Auch vom Packaging her, ne? Dann Essence Pure Nude. Ich weiß nicht, ob ihr den noch in der Drogerie kriegt. Ich meine nicht, aber ich habe ihn irgendwo in einem Online-Shop mal gesehen. Ja, ist halt so ein sehr, sehr natürlicher Glow. Mag ich auch unglaublich gerne. Und dann von Catrice den Ultimate Platinum Glace Highlighter. Das ist halt so ein Balm-in-your-Face-Highlighter, ne? Auch hier haben wir jetzt drei sehr unterschiedliche Produkte, je nachdem, was halt so eure Präferenz ist. So, an Setting Sprays. Ich gehe jetzt hier gerade so jede Kategorie durch. Einmal von Essence, das Hello Good Stuff. Ist eher, ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Primer Spray, aber man kann es unter die Foundation einfach so zum Beruhigen. Aber auch über die Foundation so ein bisschen Puder miteinander zu verschmelzen. Das muss ich jetzt auch noch kurz dazu sagen. Ich brauche kein Setting Spray, was mein Make-up länger halten lässt. Also ich habe keine Probleme damit. Deshalb kann ich euch, was den Punkt angeht, jetzt nicht unbedingt was empfehlen. Sondern für mich geht es einfach darum, die Haut ein bisschen zu erfrischen. Und dass die Puder schön miteinander verschmelzen. Ja, das macht das hier auf jeden Fall sehr gut. So, dann habe ich von Catrice das Prime & Fine Dewy Glow. Ich weiß jetzt nicht, ob das die neue Variante ist oder das andere, das ich in meiner Sammlung habe. Auf jeden Fall, ja, shaked man das und dann sind da wie so Glitzerpartikel, die jetzt aber nicht extrem auf dem Gesicht rauskommen, weil das mag ich gar nicht. Finde ich sehr, sehr gut. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ansonsten habe ich noch von Maybelline das Lasting Fix. Das soll dafür sorgen, dass das Make-up länger hält. Wie schon gesagt, da kann ich euch nicht sagen, ob es wirklich so ist, weil mein Make-up eh gut hält. Aber das finde ich auf jeden Fall ein sehr schönes Setting Spray. So, machen wir weiter mit Augenbrauen. Äh, Augenbrauenstifte habe ich hier direkt vor mir liegen, weil das die sind, die ich immer benutze. Einmal von NYX, den Micro Brow Pencil. Habe ich die Farbe Taube, finde ich super. Und einmal von BH Cosmetics, der Studio Pro Shade & Define. Da habt ihr eine dünne Seite und eine dicke Seite. Sieht man es, ja, finde ich ein super Produkt. Mag ich sehr gerne. So, Augenbrauengele habe ich jetzt einfach mal von Essence, das mit Merve. Ich kann euch da aber auch das ganz normale Brow-Fixing-Dings da von Essence empfehlen, finde ich gut. Und auch von Catrice, den Superglue. Also, ja, was so Augenbrauengele angeht, kriegt ihr in der Drogerie auf jeden Fall eine gute Auswahl. An Mascaras habe ich einmal von ELF, die Big Mood, finde ich super. Hat auf jeden Fall ein sehr dickes Bürstchen, so angelehnt an die Too Faced Better Than Sex Mascara. Gefällt mir sehr gut. Dann mein absoluter Liebling von L'Oreal, die Lash Paradise. Das ist jetzt so ein Limited Edition Packaging. Ist auch so ein dickerer Kopf, auch so ein bisschen angelehnt an die Too Faced Better Than Sex. Und dann habe ich noch die Lash Like a Brow von Essence. Das ist ein ganz anderes Bürstchen, finde ich aber auch super. Also, damit kommt ihr wirklich auch toll an die Wimpern ran und, ja, gefällt mir auch sehr gut. Gut, kommen wir dann zur vorletzten Kategorie und zu meiner Lieblingskategorie. Ihr wisst, Lidschattenpaletten und ich. Ich habe euch einmal von Essence die Paletten und zwar sind das die Edition Paletten, würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Ich habe vier Stück. Ich habe einmal die The Nude Edition, das sind eher so neutrale Brauntöne. Dann habe ich die The Brown Edition, warme Brauntöne. Die The Cool Nude Edition. Und meine Lieblingspalette, der vier, die The Rose Edition. Ja, wir haben butterweiche, matte Töne. Wir haben butterweiche Metalliktöne. Alles super pigmentiert. Ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, wenn ich euch Drogerie Paletten empfehlen würde, sind es immer die Edition Paletten von Essence, weil ich die einfach spitzenklasse finde. Und zum Teil von der Qualität sehr, 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 sehr nah. Wenn nicht gar sogar, manchmal besser als manche High-End Palette. So, dann die, keine Ahnung, wie die Reihe heißt, von Catrice. Finde ich nicht ganz so gut wie die von Essence, aber ich finde sie auch nicht schlecht. Ich habe hier einmal die The Pure Nude Edition oder The Pure Nude Eyeshadow Palette halt. Und die The Electric Rose. Finde ich auch schön von der Qualität. Wenn ich euch aber zu einer von beiden Reihen raten müsste, würde ich immer die Essence Paletten nehmen. Aber die Catrice sind auch nicht schlecht, ja. Und falls ihr sie noch kriegt, ein absoluter Favorit, Catrice X Jenny. Wollte ich hier einfach nur nochmal zeigen. Ich weiß, dass es die in manchen Online-Shops noch gab. Finde ich auch ein ganz, ganz tolles Produkt. Aber, wie gesagt, die Edition Paletten von Essence, das ist mein absoluter Favorit. So, kommen wir noch zu den Lippenprodukten. Ja, wir gehen erstmal zu den Bullet Lipsticks. Ich mag die L'Oreal Bullet Lipsticks sehr gerne. Ob es jetzt die Shiny-Reihe ist oder die Matte-Reihe. Ich finde die alle super. Bei L'Oreal muss man immer nur wissen, dass die sehr stark parfümiert sind. Das heißt, wenn ihr sehr sensibel auf Duftstoffe seid, sind die auf jeden Fall nichts für euch. Aber die finde ich toll. Das ist jetzt J. Loose Nude. Mein Hochzeitslippenstift. Finde ich einfach super. So, mein absoluter Lieblingslippenstift. Egal ob Drogerie oder High-End. Das ist wirklich der, den ich die meiste Zeit trage. This is me 05 von Essence. Ihr seht auch schon, der ist sehr gut aufgebraucht. Ja, die This is me-Reihe weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es die noch gibt. Ich mag aber allgemein die Essence-Lippenstifte sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist immer ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gleiche Catrice. Hier habe ich jetzt einfach von den Demi-Mats die Farbe 100. Aber das ist auch so, jetzt juckt es mich hier. Ja, stellvertretend auch die Catrice-Lippenstifte. Egal ob jetzt in den Limited Editions, ob es die Shine Bombs sind, die Matten, die Demi-Matten. Ich finde die alle immer eine sehr, sehr gute Qualität. Und auch von Maybelline die Lippenstifte finde ich sehr gut. Das ist jetzt einfach mal die Farbe Frozen Rosé. Auch die finde ich sehr, sehr schön. So, was Liquid Lipsticks angeht, würde ich euch die NYX Lingerie XXL empfehlen. Das ist jetzt die Farbe Unhooked. Die gibt es in zig verschiedenen Farben. Finde ich ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und auch die Maybelline Super Stay Matte Inks. Finde ich wirklich super. Das ist jetzt die Farbe 15 Lover. Aber es geht mir jetzt bei den Lippenprodukten nicht um die Farben, sondern allgemein einfach um die Texturen. Was ich neu für mich entdeckt habe, sind von Catrice die Intense Matte Lip Pens. Das ist jetzt die Farbe Cinnamon Spice. Die finde ich wirklich super. Ihr könnt damit schön die Lippen umrunden, wie mit einem Lip Liner. Dann einfach damit ausfüllen und ihr seid good to go. Super zum Mitnehmen einfach auch. Also die sind wirklich so ein kleiner Geheimtipp. Die finde ich spitze. Und dann zu den, falls ihr Glosse gerne magt, NYX Butter Glosse. Das ist jetzt die Farbe Tiramisu. Einer meiner absoluten Favoriten. Auch die finde ich wirklich super. So, lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, welche Drogerieprodukte würdet ihr auf jeden Fall kaufen, wenn eure Make-up-Sammlung weg wäre. Das interessiert mich. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!